Bitte mal ein Platz für den Zugewiesen. Ich hab keine Nummer gefunden, ey. Drei, ach man, ne, glaub ich nicht. Entschuldigung, das ist echt cool. Oh, das ist echt cool. Immer gerne mit. Stehen? Das ist immer noch mal zu Hause! Los! An die Arbeit! Paola Zachern! Wer der Berge schüttert war? So. Ab Finn Schöne Poreplätze mit Da ist meine Kohle Ich hab da eh genug von Was hat den jetzt hintergeputiert? Hm Das ist Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Sicherheitsbüro... Was ist das? 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 Es ist das? Was ist das? Halt schon fast! Alles in ihr mir! Hör auf, so narrisch herumzurellen! Du bist dein Leben, mein Freund! Kurs ein Blick auf die Uhr! Wenn nichts großartiges passiert, dann geht er noch runter! Auf ihn rauf! Aus der Zeit, als ich noch geschäftlich hier zu tun hatte, weiß ich, dass diese Oxyfield Station da draußen nur ein getarnter Eingang in einen geheimen Gang ist, der nach unten führt. Wenn Lam Eleanor hier irgendwo vor dir versteckt, dann wahrscheinlich dort. Okay. Voll und cool. Okay. Ich würde mal sagen, wenn es da weitergeht, muss ich leider sagen, müsst ihr auf den nächsten Part warten und euch auf morgen freuen. Haut da rein!